Servus Leute, willkommen zurück im Portemonnaie. Es geht auf nicht in die überwunschende Bastion. Ja, ich verarsche euch jetzt gerade mal nicht, sondern ich will noch kurz einen Abstecher woanders hin machen. Draconia Tantopia. Ich möchte schnell mal die Statue, also das Foto von dem Schleim zu dem Statue Heini bringen. Und eine Statue von Schleim an Ferdacke. Das ist richtig. Dazu müssen wir... ...hier hin. Nein, 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 steig aus! Kletterling, kletter, wie du noch nie in deinem Leben geklettert bist. Wenn man die Leiter so insgesamt betrachtet, ohne die Spossen, dann sieht es eher aus wie ein Säge. Wie eine Säge, ja, wie ein Sägeschwert, so ähnlich. Das von Arlong, das Sägeschwert. Na gut, das sah auch wieder ein bisschen anders aus. Ist ja auch völlig wurscht. Alter, du kannst mir mal... Alter, ich hasse dich. Was ist denn das für ein blöder Spießer? Nö, das ist nicht okay. Du hast das scheiß... Alter, was will er denn nur noch? So eine blöde... Hat er gerade seine Tage, oder was? Weswegen kann er das nicht nehmen? Boah, ein Dreckscher. Ich kann es gar nicht sagen. So, da ist noch Schleim. Scheiße hier. Ich kriege mich echt furchtbar auf, sowas. Wie ihr vielleicht unschwer erkannt habt. Steig aus, Link. Ich denke auch mal, tagsüber wird hier kein Schleim auftauchen. Ja, ist auch so. Na dann. Kann ich das gleich mal löschen? Unser Selfie, den haben wir noch. Na dann kann es ja aufgehen. Ach, bin ich... Ah, bin ich sauer. Also so ein bisschen noch. Ich bin jetzt eigentlich eher genervt von... Diesen... Blöden Arsch. Ich fand, das Bild war mir richtig gut gelungen. Und jetzt kommt der und zerschmettert einfach meine Hoffnung. Wo bin ich denn hier gelandet? Ach ja, da war ja was. Kind, dass du die Winde erweckst. Beachte dich, dass du an diesem Ort hier finden konntest. Ich bin die Königin... Oh, das ist Frauenstimme. Ich bin die Königin aller Feen. Ich habe dich bereits erwartet. Aber noch ist es zu früh für dich, mich zu treffen. Ich weiß davon, dass du viele Anstrengungen auf dich genommen hast, um eine dir sehr wichtige Person zu helfen. Aber wisse, dass es in Wahrheit noch eine weitere Person auf dieser Welt gibt, deren Schicksal es ist, von dir Hilfe zu erfahren. Komm wieder, sobald du diese Person gefunden hast und dich erneut großen Anstrengungen stellen musstest. Dann will ich mich dir offenbaren. Das heißt, wir sind jetzt hier nicht in der Lage mit... Aber wir können ja mal absteigen, mal sehen, was es noch hier so gibt. Anscheinend aber wirklich nichts Wichtiges. Ja, dann wirbeln wir da hin. Also warten wir jetzt erstmal auf Tantopia enttäuscht, dann auf Präludien enttäuscht und jetzt hier enttäuscht. Also, wow. Der Part heute ist voller Enttäuschung. Das ist schon bitter. Richtig, richtig bitter. Naja. Wo ist der Fisch? Äh, äh, das ist doch nicht wahr. Ich sag, wo ist der Fisch? Und dann taucht ein Knorpelfisch auf. Ich meine aber den Knochenfisch. Genau den da. Haie sind Knorpelfische und normale Fische sind Knochenfische. Nur mal so zur Erklärung. Auf dieser Insel lebt ein Kerl namens Tingel. Der hat zwar seine bisher besten Jahre auch schon länger hinter sich, zwängt sich aber trotzdem nur zu gern in Knabenmode. Allerdings soll er der Beste sein, wenn es um das Entschlüsseln von geheimnisvollen alten Karten geht. Ich denke, das beweist mal wieder, dass man Leute nicht voreilig nach ihrem Aussehen beurteilen sollte. Was? Oh, doch. Nein. Allerdings habe ich gehört, seine kostbaren Dienste lässt sich der Gute auch ordentlich entlohnen. Da kennt er nichts. Wenn du also eher zu den Unbetuchten gehörst, kannst du dir das mit den Karten wohl gleich wieder abschminken. Das wäre es soweit von mir. Falls du die Informa... Ja, okay. Wo wollte ich hin? Segel setzen. Ist ja schon wieder so ein Hai. Schön, dass er die schöne Meeresmusik unterbricht. Habe ich hier nicht gerade den... Da war er anscheinend. Ja, ist jetzt egal. Da habe ich halt den Fisch verpasst. Jetzt geht es erstmal zur Verwunschenden Bastion. Unsere Schwester hat Vorrang. Wow. Bei denen sollte man aufpassen. Da bin nämlich das... Dieses besondere Segel hier verwendet. Das 7-Meilen-Segel. Genau. Ist das etwas blöd, wenn man dagegen schwimmt. Denn dann... Bin ich gestorben? Ich bin gest... Was? Hatte ich nicht noch anderthalb Herzen? Hat er mir jetzt anderthalb Herzen Schaden gemacht? Nein, ich möchte nicht speichern. Für was haltet ihr mich? Was ist denn das für eine Scheiße? Das kann doch nicht wahr sein. Naja, auf jeden Fall. Wenn man gegen diese Explosionsfässer fährt, dann wird man... Weil man ja das 7-Meilen... Habt ihr gerade gesehen, wie schnell die Sonne runtergegangen ist. Wird man so weit weggepfeffert, also das Schiff fährt weiter und man selbst... Wird runtergehauen und dadurch muss man ewig weit zum Schiff schwimmen. Das ist ziemlich... Merklich. Oh, 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 hier. Lassen wir uns doch erstmal die Karte geben, während hier die anderen auf uns schießen. Da hat sich dort ja einen schönen Platz zum Leben aus... äh, der Fisch hat sich ja einen schönen Platz zum Leben ausgesucht. In Portemonnaie gibt's doch glatt jemanden, der Totenkopfketten sammelt. Na, hast du schon eine Idee, wer das vielleicht sein könnte? Du weißt schon, ich rede von diesen Totenkopfketten, die bei diesem Schweineähnlichen, ungeheuren, der verwunschenen Bastion so beliebt sind. Accessoires und so. Du wirst es natürlich nicht leicht haben, ihnen die abzunehmen. Oh doch, so viel sollte klar sein. Das wär's soweit von mir, falls du die... Ja, 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 ja. Lieber Fisch. Oh, jetzt hat's wieder geleckt. Es leckt ein bisschen. Wieso haben grad die Kanonen auf das Tor gefeuert? Gannon weiß sicherlich, äh, sicherlich bereits um unsere Anwesenheit. Aber du hast das Master-Schwert auf deiner Seite. Vernichte damit alle deine Gegner und befreie deine Schwester. Sei furchtlos. Wie du gelernt hast. Ups. Auf geht's. In die Schlacht. Hallöle. Oh, Ping-Pong, mal wieder. Verdammt, jetzt kann der zweite Wirbel... Oh, jetzt muss ich länger gegen den kämpfen. Das war's schon. Anscheinend ja. Cool. Ging ja doch fix. Und da bekommen wir gleich noch ein ziemlich cooles, cooles, cooles Item. Oh ja. Den Hammer. Den Hammer. Fuck yeah, den Hammer. Ein fucking Tor, bitch. Schwingt zu. Oh, hat's die weggepfeffert. Ohoho, habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Den hat... Oho. Ja, das war schon super. Die ist die weggepfeffert. Das ist schon super. Und diese Dinger können wir jetzt auch damit kaputt machen. Geht weg von mir. Ich hab nichts mit euch zu schaffen. Ich denke mal, ich muss hier lang. Ich denke mal, ich muss hier lang. Ja, ja. 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 Ja, doppelter Schaden durch das Master Schwert. Und mit der Suppe bekommt ihr nämlich nochmal einen doppelten Schaden. Ich würde mal sagen, da wir jetzt nicht mehr oft hierher kommen, werde ich einfach mal noch die restlichen Schätze sammeln. Dazu muss ich erstmal eine Etage runter. Boah, die Flieger, die sind ja wie die Pest. Und haben mir auch noch Schaden gemacht. Boah. Nein. Nicht noch mehr. Boah. 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 Das ist jetzt der dritte oder zweite oder dritte Tod innerhalb einer Folge. Ich weiß jetzt nicht mal, was genau passiert ist. Ich bin einfach gestorben, sozusagen. Ich weiß, dass ich irgendwie gegen die Viecher kämpfen wollte. Auf einmal war überall Feuer und ich sah rot. Und plötzlich war ich tot. So lief das ab, ganz genau so. Ja, wenn ich das nächste Mal weniger Herzen habe, sollte ich sofort mein rotes Elixier nehmen, was ich mir hier schon mal vorsichtshalber auf Y lege. Der Raum ist ja super nervig mit diesen Viechern. Woher kommt denn das ganze Feuer her? Aus irgendeinem Grund... Oh nein, da kommen Ratten mit Bomben. Das ist schon eine fiese Scheiße. Oh, verdammt. Eine Rattenjagd. Die treffe ich so nicht. Oh, oh. Totenkopf-Ketten werden wir wahrscheinlich auch brauchen. Wo ist denn die Ratte hin? Ah, da hinten. Oh. Oh, kurz vorm, kurz vorm, kurz vorm Loch. In den Arsch. Haha, Pech. Hier muss irgendwo... Da drin ist die Truhe. Wie komm ich denn da rein? So nicht. So nicht. Wie? Oh, wahrscheinlich von da oben. Na toll. Schnell. Schnell, links, schnell. Oh. 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 Dann hier rein. Hier geht's auch nicht rein. Hm. Da muss ich nochmal gucken. Und günstig, ungünstig. So, jetzt bin ich wieder fit hier. Ja. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich vielleicht die Tür mit Bomben aussprengen kann, aber da lag ja jetzt schon eine Bombe. Uiuiui. Probieren wir's nochmal. Wie kam man denn nur da rein? Ah, hier ist ein Schalter. Na toll. So einfach kann's... Oh. So einfach kann's gehen. Oh, hier ist doch ein Herzteil. Verdammt. Und ich dachte, hier wären keine. Na gut. Oh. Das kann doch nicht sein. Ich verliere hier gegen solche Schweineviecher. Ey, ne. Ich hätte ja einfach weggehen können, aber ich wollte schon diese Totenkampf-Abulette sammeln. Oh, jetzt bin ich schon wieder fast tot. Na, hallo? Stirb der jetzt mal? Nach fünf Schüssen? Na dann nicht. Hm? Noch eins. Oh, nicht so ne Hand. Aha, wir haben's durchgeschafft. Oh. Das Ding, da ist ne Statue, die kann Laserstrahlen schießen. Oh, Link, mach nicht so ne... Nein! Wow. Sehr schön. Wow. Wow. Sehr schön. Wow. So, jetzt muss ich eigentlich... Ne, hier muss ich nicht lang. Ich muss hier nochmal durch, noch ein Raum erstmal weiter. Das Problem ist jetzt, ich hab halt wirklich keine Fee und gar nix. Ne, das war jetzt dumm. Eigentlich hätte ich zurückgehen müssen. Dann laufen wir noch ne Runde über die verwunschene Bastion. Und kaputt. Gut. Gleich sind wir da. Noch durch diesen einen Gang durch und ja. Ach, geschafft. Ich glaub, wir hätten auch abkürzen können durch das Tor unten, aber... ...das hab ich jetzt halt nicht gemacht. Schneller, Link, schneller! Anpressen! Hoffentlich werde ich jetzt nicht noch von irgendwas beschossen. Und hier nehm ich lieber... ...den Greifhaken. Die hab ich platt gemacht. So, Leute, da gehen wir aber erst nächstes Mal rein. Wow, hier kommt ein Haufen Zeug. Also, Leute, ich mach jetzt hier die Verabschiedung. Es sieht nicht gut aus für mich. Ey, dass die eigentlich in Ruhe lassen können. Ja, gut. Damit hat sich die Sache sowieso erledigt. Na, dann sterben wir noch mal. So, und danach ist dann erstmal Schluss. Na, dann kann ich ja jetzt hier direkt speichern. Okay, Leute, ja. Dann, äh, sehen wir... Na, Moment. Ne, ich speichere jetzt nicht. So, hier, Leute. So, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Haut rein! So, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.